So, Freunde, damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trans-Butt-Fever. Wir werden diese Woche, wie die letzten Wochen auch, an der Season 1 nochmal weiterbauen. Aber es wird jetzt, das kommende Wochenende, auf jeden Fall der Greenscreen-Aufbau kommen. Und ab dann wird dann die Season 2 anfangen und da werden wir natürlich mit Mods spielen. Da werden wir später anfangen, dass wir diese Dampflok-Ära nicht haben. Und ich hoffe, ihr schaltet da auch ein. Ich hoffe, es macht euch dann genauso viel Spaß wie mir. Aber ohne Mods mal spielen, war mal wieder was anderes, kann man sagen. Man muss auf jeden Fall schauen, dass man mehr plant. Und man muss natürlich auch mehr Nerv mitbringen, sagen wir mal so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, mit den Mods, vor allem auch hier zum Beispiel mit einer Flying Junction oder sowas, geht es deutlich einfacher. Man muss natürlich verstehen, wie man so ein Teil aufbaut. Aber im Grunde würde ich dann doch schon sagen, dass es mit Mods etwas einfacher ist. Zudem hat man ein bisschen Abwechslung auf der Schiene. Was mir natürlich persönlich sehr gefällt. Deshalb freue ich mich schon riesig auf die Season 2. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Genauso, wie gesagt, nächste Woche. Dann mit Season 2. So, jetzt überlege ich mal, was wir hier machen. Genau, ich wollte hier letztes Mal noch die Steine machen. Und dazu müssen wir hier einmal... Das ist die Frage. Ich probiere es mal mit Bahnübergang. Wenn es nicht mit Bahnübergang klappen sollte. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber ich hoffe einfach mal, das klappt soweit. Zudem könnten wir das hier auch mal... Wollen wir es denn hier hinbauen? Haben wir den Weg etwas kürzer gemacht? So, ich hoffe, die Linie bleibt trotzdem erhalten. Sehr schön. Und dann baue ich mal hier ein Depot rein. Und dann hauen wir da mal ein paar Laschwägen drauf, die bitte Stein transportieren. So, ich... Ja, gut, Steinkühdorf, da haben wir die Linie schon. Dann würden wir hier die Baumaterialien ankurbeln, weil hier ist überhaupt gar nichts im Lager. Ist die Frage, wie die vorankommen. Also nicht, wie die vorankommen, sondern... Ja, wie das dort oben mit dem Bahnübergang ist. Wir fahren jetzt einfach mit dem hier mal mit. Und dann schauen wir mal, wie lang wir denn wirklich stehen müssen. Weil ich sehe hier eigentlich nur Zug an Zug. Das könnte jetzt gerade reichen, wenn wir jetzt hier hinkommen, dass die, dass die, genau... Die Schranke geht auf. Das hat... Hat im Grunde jetzt genau gepasst. Gut, jetzt wollte ich testen, jetzt kann ich nicht testen. Die geht sehr früh runter. Und wenn ich das hier jetzt noch bitte etwas schöner machen kann, wäre ich auch zufrieden. Danke schön. So, jetzt sehen wir hier, der muss warten. Sie fragen, ob die aufgeht. Jawohl, er geht kurz auf. Wo bleiben denn die anderen? Warum? Was macht ihr denn? Hallo? Was macht ihr denn jetzt? Ach, du heilige. Spiellogik, hä? Wie gesagt, Klang ist der nicht offen. Ich denke auch, da machen wir einfache... Okay, ich sehe schon, wenn der kommt, wenn die vorbei sind, vielleicht ganz kurz. Ne. Oh je, oh je, oh je. Aber jetzt fahren die drüber und dann kommt der zu und dann... Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Sollen wir hier vielleicht doch in den Schrank gehen machen? Mal zu unübersichtlich. Ja komm. Das Ding ist halt, es kommen hier alle LKWs gleichzeitig an und blockieren im Grunde fast alles. Hier haben wir die drei Ausreiser, die denken, ich muss jetzt hier lang fahren. Arkt schnell fährt die aber auch nicht. Okay. Juhu. Was könnten wir denn machen? Oh Gott, hier fahren noch Dampflugs. Und da geht es echt sehr steil den Berg hinauf. Also entweder müssen wir dann überlegen ob wir nicht E-Logs einsetzen oder Wir könnten ja auch mal die Strecke hier weiter ausbauen. Die Frage ist, wo gehen wir dann hin? Weil die hier hinten haben ja zum Beispiel noch gar keine Lebensmittel. Ihr habt Lebensmittel? Achso, das ist, äh, oh. Ja, ist da der Zug hier verantwortlich? Ah Gott, Frage beantwortet. Was kriegt ihr denn noch nicht? Ihr kriegt noch keine Waren. Ihr bekommt Baumaterialien. die fürchtest mit dem LKW ab? Naja, tatsächlich. Hä? Wusste ich gar nicht. Okay, ihr habt noch keine Waren. Ist auch kein Problem. denn die Waren kommen ja von hier oben. Ihr habt ein Potenzial von vier. Ach, du Heilige. Okay, äh, ich baue hier oben, glaube ich, erst mal aus. Was ich sag, wo ist hier das, wo, ach, du Heilige. Ähm, ach, du Heilige. Das grüne Sklaubus. Werkzeug Lebensmittel. Es erreicht hier alles. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die würden das auf jeden Fall mitnehmen. Er ist auch schon wieder voll. Dass wir hier mal schauen, dass wir da mal einen größeren Zug hinkriegen. Achso, das geht ja glaube ich gar nicht. Wir haben hier nur 160 Meter Bahnhof. Dann schauen wir, was wir da zusammenstellen können. Was ist denn das? Äh, die Strecke ist glaube ich nicht elektrisch. Ja, die ist nicht elektrisch. Dann machen wir mal das da und dann hängen wir hängen wir die große hin und zwar einmal für Lebensmittel. Ich mache jetzt einfach mal so viel hin wie geht. So, ich hätte vielleicht mitzählen sollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier haben wir neun. Dann machen wir fünf. Fünf für Lebensmittel und hinten machen wir Waren. So, sofort ersetzen, ja. Dieser kommt, ah ja, stimmt. Hm. Oh je. Ach nee, halt. Was gibt's denn hier für Triebwagen? Ich brauche alle Strom. Die brauchen alle Strom. Haben wir den Bahnhof hier hinten nicht schon ausgebaut? Das ist auch 160. Oh je, oh je. Oh je. Maybe der nimmt der Okay, den gibt's noch. Ja, setzen wir mal diese hässlichen Teile hier durch die besseren. Ich kann die jetzt noch hinten dran hängen. Hier würde es reichen. Ich denke hier auch. hier fährt er schon wieder zurück machen wir mal ein paar mehr Blockstellen rein weil ich möchte dann auch noch ein Güterzug mehr drauf packen aber das müssen wir mal sehen wie das läuft so der Zug kommt da der Zug kommt da fahr mir mal mit schön dem Diesel äh dem Güterzug hinterher niemals im Leben würde ein echter Zug so dicht hinter dem anderen her fahren kann ich mir nicht vorstellen also ich schluck auf um Gottes Willen da stehen ja Massen an Leute ich hoffe das reicht komm steig aus er darf hier nicht drüber oh Gott sei Dank den Zug können wir auch mal ersetzen ist die Strecke elektrisch ne warum ist die denn nicht elektrisch weil ich habe keine Ich glaube, das ist schon die stärkste Dampflok. Ja gut, die Big Boy gibt es noch. Aber die ist ja schon mal, was weiß ich, wie lang. Wenn wir die kaufen. Hier hat das schon mal 40 Meter. Und dann packst du von denen da. 33, da müsstest du ja... 4 Wagen hinmachen. Und fünften sind wir bei 173. Nee, das will ich nicht. Wer hat... Wer hat den Bahnhof denn so klein gebaut? Maaann. Na ja, das passt perfekt hier. Aber hier könnten wir ruhig mal Oberleitungen bauen. So, das ist egal, das ist egal. Jetzt müssen wir hier den Bahnhof... Ah, wenn wir den aufrüsten, dann... Kacke. Ja, guck mal, mach dich voll. So, dann sind die Leute weg. Schade. Na ja, komm, wir lassen den alten mal. So, dann ersetzen wir mal diesen Zug hier. Und zwar... Welche haben wir denn noch gar nicht? Die hier ist eigentlich eine Schnellzug-Lock. Wir können natürlich auch die hier nehmen. Die hat ja kaum was. Da ist ja die noch besser. Die deutschen... Weißt du, die... Die Amis und die ganzen Vollidionen, die haben halt... Fast nix. Da geht kaum einer rein. 19, 21, 22. Um die aktuelle Kapazität zu erreichen, bräuchst du dann von... Den hier. Von den... Von den Einheitswagen vier. Wenn die 22 fast brauchst du ja... Fünf, sechs Waggons. Boah, nehmen wir mal die. Und dann hängen wir mal... Fünf von denen hier hin. Ich weiß es nicht, ob es die so gibt. Aber wir... Ersetzen die jetzt einfach mal. So, jetzt speichert's. Jetzt mal schauen, wie das aussieht, der Zug. Also, er hat's... Ich glaub, der Zug hat zumindest mal so eine... Ami-Kupplung dran. Oder was? Ne, die Kupplung passt gar nicht, aber... Nun gut. Ich hab' dich einfach nur... Naja, die Deutschen sehen da irgendwie... Deutlich besser aus. Das ist die Frage, wie schnell beschleunigt der. Hauptsache Select, das ist in dem Spiel ganz, ganz wichtig. planetisch... ... ...